Musik Vom Bahnhof St. Johann und von der Station Morgarten Ring Alschwil fährt man alle 15 Minuten zur Station Roche Solitude und zum Badisch Bahnhof. Zwischen Bahnhof SBB und Badisch Bahnhof verkehrt alle 7,5 Minuten ein Zug. Dadurch wird eine schnellere Alternative zu Bus und Tramporten und der Zentralbahnplatz entlastet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 An Badisch Bahnhof hat man ein attraktives Angebot an S-Bahn-Linien und Regionalexpress-Linien nach Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart, nach Grenzach, nach Rheinfelden, nach Bad Säckingen, nach Schaffhausen und nach Ulm. Fahrt der IC in Zukunft nur noch an Badisch Bahnhof, haben die Bewohner von St. Johann und Morgarten Ring trotzdem schnell einen Anschluss mit nur einmal umzusteigen. Das Bundesland Baden-Württemberg wird die Mittel im Bahnausbau verdoppelt bis verdreifacht. Die Hochreinbahn wird elektrifiziert, es gibt neue Stationen und eine partielle Doppelspur-Ausbau. Zudem kommen neue Verbindungen im Oberrein dazu. Durch die internationalen Verbindungen, unter anderem Direktzüge nach Zürich, werten Badisch Bahnhof das ganze Kleinbasel und Riechen auf. Badisch Bahnhof hat das Potenzial, durch neue Verbindungen sich zu einer ÖV-Dreischiebe zu entwickeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017